Duisburg hat Platz. Hier entsteht die neue Urbanität. Smart, nachhaltig und resilient. An der Drehscheibe zwischen Rhein und Ruhr entwickelt die Gebag Brownfields auf über 120 Hektar sechs Seenwedau. Das Technologiequartier Wedau Nord und die Duisburger Dünen werden das Stadtbild nachhaltig prägen und gestalten somit die Zukunft Duisburgs. Mit der IGA 2027 wird die Stadt über grüne Wege mit dem ganzen Revier vernetzt. Unmittelbar am Fluss sind hier über 3000 neue Wohnungen geplant. Der Hafenstadtteil Ruhrort, der mit dem Projekt Urban Zero bis 2029 als erstes Quartier weltweit umweltneutral werden soll, zeigt, wie wichtig eine nachhaltige Entwicklung für Duisburg ist. Duisburg hat die Dynamik, den Platz und die Schubkraft für urbane Quartiere mit grünem Gewissen. Duisburg ist wichtig, wie wichtig eine nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank.